Hallo zusammen, wir stehen kurz vor Weihnachten, ich gehe nicht in Ausgang. Wir haben heute Weihnachtsessen, das Video kommt aber erst in ein paar Tagen. Und infolge dem komischen Bacillus führen wir das Weihnachtsessen bei uns im Betrieb durch. Wir haben jetzt noch verschärftere Maßnahmen, ab Montag steigen sie wieder. Und ihr seht hier, genesen, geimpft und getestet. Und hier sind dann die Teststreifen, die dann kommen. Auch heute Abend getestet oder genesen oder irgendwie was gebustert, dann entfällt das Testen. Das muss so sein. Wir sind heute im Betrieb. Es ist aber so, gemäßt, es sind jetzt ein paar Leute nicht angemeldet, weil Angst vor Corona. Und hier ist jetzt alles noch in Vorbereitung. In zwei Stunden geht es los. Das Jahr geht zu Ende. Ein gutes, neues Jahr kommt, denke ich, wieder. Ich werde weiterhin, werde ich hier im YouTube treu bleiben. Euch auch hier gerne begrüßen, wenn ihr vorbeikommt. Ich bin ab Januar wieder mit meinem Bein ein bisschen einsatzfähiger. Das zweite Bein, die Operation ist verschoben worden. Das wird wahrscheinlich, ich hoffe, dann im Sommer wieder passieren oder eher Herbst. Und somit kann ich euch eigentlich auch nur alles Gute wünschen, dass wir uns irgendwann wieder sehen nächstes Jahr. Und somit wünsche ich euch und euren Familien ein schönes Weihnachtsfest. Heute verlinke ich kein Video, aber dafür könnt ihr mir mal ein Abo dalassen, weil die Abos sind, in diesem Jahr habe ich die Abos verdoppelt gegenüber den letzten vier Jahren. Ich bin jetzt über 200 Abonnementen, 2000 Abonnementen, was mich sehr freut. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.